Hallo, was wir hier von dir haben, ist das, was es nennt Lomo Aumado. Ich rege, da würden wir ein bisschen, ich rege in den Purgschraub sein. Ich nehme einen Regenstrang von einem Schwein und bestelle mit einem Gons. Und dann gibt es, eigentlich zwei Wege, ein bisschen, ein Perklin, ein Perklin. Und dann, wenn ich das Regen, würde ich einfach ganz gut essen. Dann würde ich mir das abziehen. Und von daher habe ich das bloß ein bisschen am Barbecue ab. Und dann mit Teeltje, dann mit Echocken und Schmaunfahrt. Und das Schmaunfahrt weiß ich auch nicht, was du gemerkt musst. Aber ich würde sagen, das ist ein bisschen das Schenkefleisch. Das ist ihr Schammer. Oh, das Schmackschein. Säuerschein. Und dann, wenn ich in einem Dressab gehe, wo einer kann den Regenstrang. Oder sogar ein Schwein schenken. Ich muss dich für zwei Wege, ein Perklin. Und dann ist die Wurzeln angekürt. Und dann würde ich den Regen für ein Steck. Saß oder acht Stunden. Das ist ein sehr guter Essen. Schenkefleisch oder sonst das. Und dann, sehr freut ich den Winter. Aber ja, das haben wir noch von dem letzten Winter. Und dort schmackt bloß Säuerschein. Ich habe in der Wartike gemerkt, dass man das immer fängt. Und ja, dort ist Wunderschein. Hat ein Säuerschein da. Von dem ist Juni Detroit. Von der Seite nicht wie Struckland. Von der Seite Tüß, Jan Winkler. Und ich möchte Gott wünschen Ihnen.